verlässt der mut den markt zumindest mal scheinen einige mutige sich zurückzuziehen insbesondere am techmarkt der nasdaq ihr seht das hier meine ziemlich roten deutlichen tageskerze im moment nach unten oder hier unten links und rechts im naja noch besser im fünfminuten chart hier da sieht man es noch besser vier stunden chart sieht man es ebenfalls schon also eine relativ deutliche abwärtsbewegung auch intraday das geht durchaus konform mit einigen wichtigen großen titeln unter anderem naja wen haben wir da alphabet deutlich runtergekommen video kommt runter microsoft ach was erzähle ich euch na klar müssen ja die großen titel runterkommen sonst wird es der index ja ebenfalls nicht nach unten schaffen also der techmarkt der ist in gefahr zumindest mal wenn man auf den nasdaq blickt hat man den eindruck als ob jetzt der richtige zeitpunkt gekommen ist für die abwärtsseite naja jetzt wir haben ja schon darauf hingewiesen dass wir vor einigen tagen beim nasdaq hier eine umkehr kerze haben ich mache sie noch mal ganz kurz kurz groß und diese umkehr kerze an der unterstützung beziehungsweise in dem fall an dem widerstand dieser shootings da den wir hier hatten und jetzt durchaus die chance eben geboten hatte hier für die abwärtsseite das entry t4 das hatten wir schon angesprochen das lag hier auf der höhe wer selber gesehen hat wer dieses verfahren verstanden hat der hat hier vielleicht an der stelle eine short position eröffnet und nimmt jetzt diese bewegung mit das klappt übrigens nicht immer bitte geht nicht davon aus dass diese signale immer funktionieren dieses hier beispielsweise über das wir ja auch gesprochen hatten das hat nicht funktioniert da ist der kurs zwar auch kurzzeitig unten runter hat aber dann noch mal ein bisschen höher erst gestartet und erst die nächste version mitgenommen und die dann jetzt allerdings für ernst genommen und den markt jetzt nach unten gedrückt so ähnlich wie wir das hier haben also mit erwartungshaltung dass es ein gutes stück runter geht was heißt denn ein gutes stück runter naja beim nasdaq wäre so die nächste zielmarke nach diesem deutlichen anstieg den wir jetzt haben irgendwie in dem bereich 15.418 zumindest wenn man den nasdaq 100 future hier ins kalkül zieht also vom tiefsten punkt zum höchsten punkt gemessen macht das gegebenenfalls falls ihr abweichende kontrakte habt dann könnt ihr ein wenig schauen tiefster punkt höchster punkt fibonacci linien 38 20er 50er 61 8er marke der kurs muss übrigens nicht dahin fallen es ist natürlich längst nicht zwingend dass der kurs hier hingeht aber typische rücksetzer einer vollständigen korrektur also etwas was auf diesen anstieg als antwort kommt das geht zumindest mal in die kiste und das hat jetzt zwei drei vorteile nämlich nehmen wir mal an das wäre die letzte aufwärtsbewegung gewesen ja dann geht es hier runter laufen wir hier durch nehmen wir mal an es ist aber nicht die letzte sondern nur eine teilbewegung dann kommt das hier runter und geht das nach oben und ihr seht für beide szenarien also die mega bären die sagen alles quatsch wir gehen jetzt massiv nach unten weg die gehen in diese zone rein und werden wahrscheinlich dann durchfallen oder würden das sich wünschen zumindest mal während auch die bullen zwischendurch mal solche pausen solche gegenbewegungen mal akzeptieren auch gerne mal mitnehmen um dann vielleicht günstiger wieder einzusteigen also das szenario dieser marke oder dieses bereichs hier ist relativ groß oder interessant also rechnet damit wir haben hier sogar noch so ein bisschen eine sondersituation wir haben hier durch das zwischenhoch aus dem oktober ungefähr bei können es auch genau gucken hier wenn man hier schaut das lag bei 15.470 also auch in diesem bereich also da müssten wir mit der ersten unterstützung von käufern rechnen die sagen nee nee so schlimm ist es ja alles nicht wir wollten es günstiger haben jetzt haben wir es günstiger da steigen wir wieder ein also rechnet damit dass der kurs wenn er bis hierhin fällt vielleicht sogar auf eine unterstützung fällt und der markt sich dort dreht wenn das sogar ein bisschen oberhalb der marke ist wird es sogar ein sehr starkes zeichen das würde nämlich vorläufig bedeuten dass die marktteilnehmer gar nicht mehr abwarten dass sie es so günstig kriegen sondern sagen oh gott oh gott gott sei dank ich habe es noch mal günstiger gekriegt jetzt steige ich schon ein und dann wird etwas höher gekauft als die eigentliche unterstützung das heißt der markt dreht vielleicht sogar vorher aber wollen wir noch nicht übers drehen reden aktuell ist es die abwärtsseite die eben da im vortrieb ist und wir müssen damit rechnen dass der kurs noch weiter fällt hier eben in diese zone oder in diesen an diesen bereich zumindest mal vielleicht sogar hinein das werden wir dann aber noch die nächsten tage beobachten müssen rechnet damit dass das passiert das muss übrigens nicht auf dem direkten weg sein es kann also durchaus sein dass die bewegung zwischendurch mal ein päuschen macht gucken wir es uns mal intra day an hier hatten wir das hier vorne schon mal so ein bisschen andeutungsweise da seht ihr dass es zwischendurch immer mal pausen gibt mal größere pausen mal kleinere also es ist durchaus auch mal wieder eine kleinere pause denkbar die dann da passiert bevor der kurs dann entsprechend weiter fällt also rechnet damit dass der kurs einfach mal ein päuschen zwischendurch macht achtet drauf ob dieses päuschen korrektiv ist ihr erinnert euch korrektiv ich mache mal hier die alten zeichnungen weg korrektiv ist in der starken bewegungsrichtung immer irgendwas was gerne dreiwellig ist abc auch hier abc mehr oder weniger klar erkennbar wenn ihr sowas habt dann ist es eigentlich ganz gut oder vielleicht sogar noch kleiner manchmal das und wenn es dann einfach irgendwie mehrfach hin und her wackelt dann sieht man schon das ist doch ziemlich schwach das ist dann häufig flacher von der bewegung das hilft also für all diejenigen die intra der jetzt gucken und sagen mensch haben wir irgendwo eine scharfe bewegung 1 2 3 4 5 haben irgendwie abc dreiwellig in die gegenrichtung fortsetzung nach unten also ihr seht das geht auch auf ganz kleinen zeitebenen immer wieder macht so dass ihr immer nur diese bewegung handelt wenn es klar erkenntlich ist wenn ihr sagt da sehe ich es aber nicht dann lasst halt da mal einmal aus und freut euch auf die nächste bewegung die kann ja schon bald wieder kommen vorsichtig ist keine ankündigung dass das hier passiert das kann auch sein dass er erst noch weiter fällt aber wenn er das macht wenn er hier wieder irgendwie so korrektiv ankommt denkt dran zwischendurch sind mögliche einstiegschancen hier für die short seite in dem fall also abwärts da noch mal triggern lassen also im moment bin ich nicht sehr bullisch höchstens mal so ein zwischenloggen hier für die ganz kurzen intra days ich sehe zumindest mal eine ganz gute chance dass er hier hinfällt wer jetzt sagt mensch rüdiger aber wir haben doch hier auch eine unterstützung schon gehabt wer sagt denn dass der kurs nicht hier schon dreht ich halte das für nicht unrealistisch dass der kurs hier dreht also das ist durchaus denkbar denn auch das ist natürlich eine unterstützung das ist das zwischenhoch aus dem september mitte september da sind wir mehr oder weniger dran das wäre aber für eine vollwertige korrektur viel zu früh also so richtig mag ich noch nicht daran glauben dass es hier schon zu ende ist trotz alledem keiner weiß was als nächstes passiert deshalb sollten wir gucken wenn er hier dreht wie dreht er wie es gerade angedeutet habe fängt er an hier pause zu machen und diese pause sieht korrektiv aus dann sucht die shorts bei brüchen auf der unterseite wenn der jetzt tatsächlich hier ankommt und dann aber sagt das ist ja alles quatsch wir gehen jetzt hier mehr oder weniger steil nach oben und eher wieder korrektiv nach unten ja dann suche ich vorläufig ja sowieso keine shorts ja aber du hast doch gesagt darunter ja was bringt es wenn ich das gesagt habe entscheidend ist was die marktteilnehmer machen was sie machen entscheidet sich sehr häufig an solchen entscheidungsmarken an solchen unterstützung oder widerständen viele gehen davon aus da muss der markt abprallen ich kann euch ganz sicher sagen das muss der markt überhaupt nicht allerdings werden hier viele marktteilnehmer entscheidungen fällen müssen oder eben freiwillig fällen und das seht ihr eben an diesem verlaufsverhalten wenn das verlaufsmuster entsprechend ist dann ist das durchaus wegweisend für die nächste zeit sprich um das wieder hier im fünf minuten chart zu zeigen wenn anders als eben eben hatte ich sowas gezeichnet mit chance hier nochmal die short seite wenn der kurs anders als das als nächstes aber steil hoch geht und nur korrektiv runter naja gut dann ist es wohl eher die andere seite dann ist die starke seite eben die aufwärts seite die schwache nach unten und dann ist vorläufig aufwärts angesagt ich weiß viele übergeordnet orientierte sagen naja ich will jetzt wissen geht es da noch tiefer oder nicht das wissen wir nicht wer das nicht aussitzen will der hat den stop e wir haben lange drüber gesprochen eng nachgezogen und hat gesagt naja entweder sogar bei dem short signal haben wir vor kurzem noch drüber gesprochen am short signal die position zu schließen wer das nicht wollte zumindest mal hier einigermaßen eng zum beispiel auf tagesbares basis parabolik der super trend geht auch aber der ist natürlich wenig sinnvoll weil der so halbwegs auf halber strecke ist aber das hatten wir so intensiv besprochen das müssen wir nicht nochmal machen der bietet sich ja nun überhaupt nicht an also wer das jetzt aussitzt der muss aussitzen dass der kurs auch notfalls vollwertig hier rein fällt das war uns aber vorher klar darüber vorher gesprochen und jeder hat für sich die entscheidung gefällt ob er das aussitzen will sprich stops weit weg in der hoffnung dass das korrektiv hier hin fällt was ja absolut realistisch möglich ist und weiter klettert und auf die gefahr wenn es dann eben nicht weiter geht wird man halt hier ausgestoppt oder eben die enge stopp variante das war vorher klar das wusste jeder und jeder hatte seine entscheidung hoffentlich dann im eigenen sinne gefällt je nachdem ob man zu denjenigen gehört die enge absichern wollen oder die das ganze eben ein bisschen weiter gestalten wollen beides ist grundsätzlich in ordnung ich verdammel nicht die eine oder die andere seite ist immer leicht zu sagen ja aber wäre man doch hier oben raus ja wir wissen noch gar nicht am ende dreht er jetzt hier und dann finden die längerfristig orientierten keinen einstieg mehr weil die erst am wochenende wieder gucken und sind dann draußen weil ausgestoppt freuen sich zwar über den gewinn aber kriegen den rest nicht mehr mit das muss man eben entscheiden je nachdem wie kurzzeitig man selber aktiv sein will im markt und wie intensiv man sich damit beschäftigen möchte aber das sind eben die hebel über die man seine entscheidungen fällt auch wenn sich viele wünschen ich will ja eigentlich nur dass ich immer nur gewinne mache mehr will ich ja gar nicht sag doch einfach soll ich jetzt kaufen damit ich gewinn mache oder verkaufen nur so funktioniert das eben an der börse nicht denn wir wissen nicht was die zukunft ist was wir aber machen können ist wir können so gestalten dass es unseren wünschen und vorstellungen eben entspricht so also nasdaq nicht so doll was das bullische bild zumindest mal angeht zumindest mal für den aktuellen augenblick wie sieht es beim s&p aus beim hatten wir vor kurzem ja noch so eine short seite genannt eigentlich mehr aus der not heraus weil der dausche der nasdaq schon gelaufen war das ist zwar auch nur umkehrsignal auch an einem widerstand leider nicht am als hat nicht am jahreshoch das wäre noch bedeutender gewesen der kurs allerdings noch mal einen versuch extra gebraucht na gut so ist es halt manchmal nichtsdestotrotz das sieht aus als ob das ebenfalls noch mal so eine umkehr werden kann vielleicht wird das hier so was wie ein engulfing pattern das müsste man da noch mal nach genau nachgucken aber es sieht danach aus als auch der als ob auch der s&p 500 jetzt in den dreh reinkommt und jetzt müsste man diese zeichnung allerdings neu anfertigen denn die hatten wir noch auf diese umkehr kerze hier gezeichnet das macht allerdings wenig aus trotzdem der vollständigkeit halber tiefste punkt fibonacci höchster punkt und dann seht ihr 38 20 50 61 8 der marke die levels in etwa hier die oberseite 4430 das ist dann auch konform mit dem zwischenhoch aus dem oktober also das ist deckungsgleich mit der überlegung die wir beim nasdaq dann haben also wir müssen damit rechnen dass der kurs in den nächsten tagen mal ein bisschen pause macht wer auf kürzerer sichter den auge das auge drauf werfen will der gucken natürlich genau mit den gleichen überlegungen hier drauf im moment scharfe abwärtsbewegung wer auf l jetzt aus ist der sucht natürlich jetzt korrektive aufwärtsbewegung korrektive aufwärtsbewegung wären die schwache seite mit erwartungshaltung bei bruch für die abwärtsseite nochmal das ist etwas was ihr im eigenen training gucken könnt oder wir eben auch immer wieder ein blick drauf haben vielleicht lässt sich da ja was erkennen für noch mal ein einstieg auf der short seite es ist aber sehr realistisch dass das uns bevorsteht nicht zwingend aber sehr realistisch denkt also dran wenn ihr long seid ob wir nicht auch hier die stops falls ihr noch drin seid ein bisschen enger fassen wollt zum beispiel der parabolik da sind wir nicht mehr so arg weit von entfernt wenn ich das hier so halbwegs richtig ablese 4544 ist jetzt nicht millimeter genau gemessen aber da ungefähr könnt ihr ja selber bei euch im chart noch mal anzeigen lassen parabolikstandardeinstellung das kann eigentlich jeder denke ich mal aber das wären eine möglichkeit und ihr seht in trennsituationen ist es meistens nicht so schlecht man weiß natürlich nicht hier ging ist man dann zu früh rausgeflogen naja aber die erwartungshaltung ist ja eigentlich schon dass diese bewegung ein ende haben kann deshalb wer es eben nicht aussitzen will der wird wahrscheinlich eher die wahl des engen stops hier wählen wer es aussitzen möchte der macht das ein bisschen weiter weg viele von euch wissen dass wir haben das zum beispiel im moment bei apple da haben wir zwei varianten nämlich eine mit einem weiten stop weil wir sagen komm das sitzen wir tatsächlich aus der schub nach oben und der wackelige rücksetzer das ist völlig in ordnung und eine variante mit einem engen stopp dass wir sagen naja wenn er wirklich keinen bock mehr hat dann gehen wir halt raus mit der anderen hälfte stopp ist schon im positiven insofern kein drama allerdings müssen wir dann halt notfalls mit dem noch mal wieder reingehen also für die aktiveren ebenfalls dann eine quasi arbeitsanweisung da noch mal drauf zu gucken wenn man dann eben die gewinne schon vorzeitig mitnimmt kann man noch mal wieder rein vorläufig sieht es allerdings nicht aus denn auch hier ist die ausrichtung nach unten der dow jones ist da was das angeht noch ziemlich ziemlich harmlos unterwegs das sieht man hier auch an der aktuellen tageskerze die ist ja noch hat die hälfte wieder weggenommen von dem was wir vorher hatten dow jones future aktuell also noch relativ deutlich auf der gewinnerseite also heute auch im verlust ihr seht dass sie ist rot die kerze aber sie ist eben weitaus weniger dramatisch die situation offensichtlich hier allerdings ihr seht auch hier haben ein deutliches hoch zwischen hoch hier vom juli überschritten und damit das jahres hoch ihr seht alles andere war niedriger der kurs hat so was von einer gewissen fünffälligkeit wenn auch die 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 pausen relativ klein waren relativ unauffällig waren ich will das gar nicht über dramatisieren aber wundern wird es mich nicht wenn auch der dow jones jetzt sagt ach komm da machen wir halt mit den anderen zusammen päuschen haben wir doch alle verdient setzen uns da mal in ruhe nach unten ab und dann können wir später gucken ob wir dann vielleicht ungefähr von 35.000 vielleicht auch in den bereich 34.000 rein da noch mal günstige einstiege wieder finden also ich bin nicht ganz optimistisch was die long seite angeht was die indizes was den gesamtmarkt angeht das kann für einzelne aktien natürlich anders sein allerdings für den gesamtmarkt hat man den eindruck insbesondere auf der tech seite noch nicht so sehr stark auf der blue chip seite dass die aufwärtsbewegung eine pause nötig hätte interessanterweise hat der dax gleich zwei spannende situation nämlich auf tagesebene der dax hat ja noch ein paar minuten ist aber auch schon am ende des tages mehr oder weniger und es sieht danach aus als ob wir hier auf tagesebene tatsächlich auch so was bekommen wie einen shooting star und shooting star ist ebenso ein ähnliches wende signal es ist leider allerdings noch unter dem hoch vom sommer nicht dass da das gleiche passiert wie beim s&p trotz alledem es ist ein mögliches short signal dass sich hier abzeichnet und wenn man hier im fünf minuten chart guckt hat man so halbwegs den eindruck naja das ist doch die starke seite das ist eine korrektive seite müssten wir nicht eigentlich naja gut wenn der gesamte markt in amerika fällt dann ist natürlich die gefahr dass der dax dann auch mal eine pause macht was sage ich gefahr die chance denn auch hier haben wir doch eine deutliche lange aufwärtsbewegung gehabt jetzt lasst den armen kalt auch mal ein bisschen verschnaufen und mal ein bisschen runter kommen das wäre doch noch gar nicht so dramatisch das muss ja auch nicht ewig tief sein ich sehe hier erst mal bei 16.000 chance warum naja bei 16.000 wir hatten hier das ist die falsche linie wir hatten hier so ein bisschen vorne so ein bisschen andere ausgestaltung und es besteht die chance dass hier jetzt erst die vierte welle irgendwie kommt und dass wir danach sogar noch mal ein anstieg bekommen aber da will ich mich noch nicht so sehr aus dem fenster lehnen aber ihr seht schon wir haben hier ungefähr auf dieser höhe mehrere unterstützungsniveaus deshalb so die 16.000er marke wäre jetzt mal so eine zielmarke eine erste zielmarke kann ja mehr werden aber so eine erste zielmarke für den anstieg für die korrektur des anstiegs halte ich für durchaus realistisch zusätzlich gibt zwei beim future nochmal ein entsprechend eine besondere kerze nämlich die die wir gerne auch im vier stunden chart für einstiege nutzen wer spaß daran hat der guckt sich den trade den ich dazu euch vorgeschlagen habe im trade des tages und auf born for trading genauer an da gibt es die chance vielleicht sogar noch mal ein einstieg in welche richtung auch immer ach was erzähle ich euch guckt zeig nach ihr kriegt die information ja müsst ihr ja nur selber nachgucken so in diesem sinne euch alles gute erstmal toi 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 für den heutigen handelstag und natürlich für die woche ich freue mich die nächsten tage die nächsten bewegungen hier mit euch anzuschauen bis dahin macht's gut ciao ciao